Wer zufällig von euch meinem privaten Instagram-Account folgt, der weiß vielleicht, dass ich ein großer Fan des 1. FC Köln bin. Und beim 1. FC Köln ist es leider so, dass man da nicht nur Sieg sieht, sondern eben auch die ein oder andere Niederlage. Und eigentlich kommt es immer nur darauf an, ob man noch in der 1. Liga bleibt oder nicht. Jetzt in diesem Jahr sieht es ja ganz gut aus, aber man rauft sich da schon mal die Haare, wenn der eigene Klub verliert. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Nämlich ein englischer Fan, Fan von Rekordmeister Manchester United, der hat sich so sehr die Haare gerauft, dass sie ihm ausgefallen sind. Der sagt, das verursacht mir einen Stress, wie Manchester United im Moment spielt. Ja, da kann ich einfach meine Haare einzeln zählen, die mir da rausfallen. Und deswegen verklagt er jetzt den Klub oder hat jetzt zunächst mal dort einen Schadenersatz gefordert. Und ich will das mal auch nach deutschem Recht klären. Kann ich von meinem Klub, dem 1. FC Köln, wirklich Knete fordern, wenn die schon wieder mal in der 1. Bundesliga verlieren? Das schauen wir uns mal ganz genau an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn euch rechtliche Themen interessieren, naja, dann lohnt sich ein Abo hier auf jeden Fall. Was sich aktuell ganz gut lohnt, ist ein Besuch im Kölner Stadion. Und die Kölner, die gewinnen nämlich sehr häufig. Und wie ihr hier seht, war ich da gestern noch. Und die Stimmung ist einfach bombastisch dort, wenn man die Spiele des 1. FC Köln aktuell besucht. Anders sieht es allerdings aus bei Spielen von Manchester United. Das jedenfalls findet dieser Fan hier. Der heißt Andrew Tryon. Und er sagt, guckt mal links, so sah ich früher aus, guckt mal rechts, es geht immer mehr Richtung Glatze. Und deswegen hat er jetzt seinen Lieblingsklub Manchester United angezeigt. Die haben letztens ja noch eine 05-Klatsche gegen Liverpool bekommen und sind seit 2013 kein Meister mehr geworden. Obwohl da Topstars wie Pogba oder Ronaldo spielen. Und die schlechte Spielweise, sagt Andrew, hat bei ihm für so viel Stress und so viel Wut gesorgt, dass er dadurch jetzt eine Glatze bekommen hat. Ob das so richtig eine Glatze ist, weiß ich gar nicht. Aber er hat jetzt Anzeige erstattet und diese Anzeige wollen wir uns mal näher anschauen. Also erstmal die grundsätzliche Frage, das könnte ja ein psychischer Schaden sein, den der Club Manchester United ihm hier zugefügt hat. Also ein psychischer Schaden. Bei einem Faustschlag ist klar, wenn ich einem eine reinhaue, das ist eine Körperverletzung. Aber bei einem psychischen Schaden müssen wir mal genauer hinschauen, ob das noch unter eine Körperverletzung fallen kann. Und dann hätte man erstmal Manchester United an der Angeln, könnte das als Körperverletzung deuten. Also, was steht dort zur Körperverletzung? 223 Strafgesetzbuch. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder eine Gesundheit schädigt, wird mit Freistrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Naja, man könnte ja sagen, er hat jetzt Stresshaare ausgefallen und so, und dieser ganze Stress, der da erzeugt worden ist und das ihm schlecht geht, könnte ja eine Gesundheitsschädigung sein. Dazu hat der Bundesgerichtshof sich mal geäußert, ob solche psychischen Körperverletzungen wirklich eine Gesundheitsschädigung sein können. Und da gab es einen Beschluss aus dem Jahre 2013, der da für mehr Klarheit gesorgt hat. Ein Mann hatte eine Frau im Urlaub kennengelernt. Die Frau war allerdings liiert und er ließ danach nicht locker. Er hat sie bombardiert, ihre Eltern bombardiert, wollte, dass sie sich von ihrem Lebensgefährten trennt und hat also richtig Druck gemacht und hat gesagt, wenn du dich nicht von deinem Lebensgefährten trennst, dann mache ich dich fertig, mache ich euch alle fertig. Es war allerdings so, dass er so viel Stress erzeugt hat, dass die Frau relativ eine reaktive kurze Depression hatte, Schlafstörungen, Albträume, Nervosität. Und genau das hat ja unser Andrew hier auch. Also er kann schlecht schlafen, verliert die Haare und Manchester United erzeugt Stress. Was hat der BGH damals gesagt? War das eine strafbare Körperverletzung? Nein, hat er gesagt, rein psychische Empfindungen genügen nicht für eine Körperverletzung, lediglich wenn es zu einem sogenannten pathologischen Zustand kommt. Das ist, wenn man vom Normalzustand nachteilig abweicht, nennt man das einen pathologischen Zustand. Bloße emotionale Reaktionen wie Aufregung, latente Angstzustände stellen keinen pathologischen Zustand dar. Was anderes ist bei schweren Depressionen, sagt der Bundesgerichtshof, die haben einen Krankheitswert. Naja gut, hier haben wir allerdings nicht nur die Angstzustände oder die Stresszustände, die möglichen Schlafstörungen, die Andrew von Manchester United zugefügt worden sind. Hier haben wir tatsächlich einen Haarausfall und da muss man sagen, wenn die Haare weg sind, so sehen es die Fans ja hier schon seit zehn Jahren bei mir. Wie Jahr für Jahr ist hier mehr weg und ob es am 1. FC Köln liegt, das ist eben die große Frage. Ist es auf alle Fälle eine Gesundheitsschädigung? Das geht über die psychischen Schäden hinaus. Also, da könnte man durchaus drüber nachdenken, ob das dann eben entsprechend auch eine Körperverletzung ist durch 1. FC Köln oder Manchester United, was Andrew hier Geld macht. Allerdings muss ich sagen, höchstwahrscheinlich würde das Ganze an anderen Punkten scheitern, nämlich schon ganz vorne bei der Kausalität. Er müsste nämlich hier dem Verein nachweisen, dass ausgerechnet die schlechten Spiele des Klubs dafür verantwortlich sind, dass ihm die Männer die Haare ausfallen, nicht die Männer ausfallen. Und ich habe jetzt mal geschaut, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Mann mit 30 schon Haare ausfallen, mit 30 Jahren, haben schon 30 Prozent der Männer Haarausfall. Und mit 50, ich werde jetzt 48, also passt es hier rein, ist es so, dass die Hälfte der weißen Männer betroffen sind und mit 70 sogar 80 Prozent. Das heißt, bei mir war sowieso eine 50-50-Chance, dass mir die Haare ausfallen und das habt ihr im Laufe der Jahre hier miterlebt, dass es immer weniger wurden. Der eine oder andere hat mir schon empfohlen, macht die doch ganz ab, Christian. Soweit bin ich noch nicht, aber vermutlich wird sich mein Erscheinungsbild in den nächsten Jahren hier auf YouTube noch weiterentwickeln in die eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall werden da nicht mehr Haare zukommen. Also da ist die Kausalität. Das heißt, Andrew, der Fan von Manchester United, müsste erstmal sagen, die schlechten Spiele sind dafür verantwortlich und nicht die genetische Veranlagung, die einfach bei allen Männern oder bei 50 Prozent der Männern im Alter von 50 gegeben ist. Also, stressbedingter Haarausfall wäre nichts Genetisches, aber das nachzuweisen wird nicht einfach. Dann muss man neben der Kausalität, wenn man jetzt hier die Körperverletzung haben will, auch eine sogenannte objektive Zurechnung vornehmen. Das heißt, hier muss man schauen, haben die überhaupt ein Risiko geschaffen und ist das denen zurechenbar? Naja, erlaubte Risiken sind nicht zurechenbar oder sind gar nicht strafrechtlich relevant. Und das Risiko, was der Verein hier geschaffen hat, dass Fans bei einem schlechten Spiel in Stress geraten, das ist meines Erachtens nicht von der Rechtsordnung zu sanktionieren. Denn das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko dazu, dass ein Fußballspiel auch mal in die Hose geht und ein Verein mal gut oder schlecht spielt. Das kann man niemals vorhersagen. Und dass ein Fan dann leidenschaftlich mitfiebert, sich die Haare rausreißt oder rauft, ja, das ist nun mal seine freiwillige Entscheidung. Und das Risiko geht er bewusst ein. Und dass er sich bei Niederlagen ärgert, liegt auf der Hand, ist allerdings auch seine ganz bewusste Entscheidung. Letztlich hat der Verein auch gar keinen Vorsatz. Wahrscheinlich kennt er den Fan gar nicht, weiß gar nichts darüber, dass er einen Fan mit körperlichen Schäden hat. Eventuell kennt er nicht mehr die Existenz dieses Fans und fahrlässig ist er hier auch nicht. Meines Erachtens hat der Verein hier keine Sorgfaltspflichten verletzt, denn es gibt für einen Verein einfach keine Pflicht zu gewinnen. Das wäre ja schön, wenn Vereine immer gewinnen müssten. Andererseits wäre es vielleicht auch nicht so schön, dann wäre es möglicherweise gar nicht mehr so spannend. Das ist die strafrechtliche Komponente, also Körperverletzung, da sind wir raus. Aber wir schauen jetzt mal in die zivilrechtliche Komponente rein. Hat er denn einen Anspruch auf Schadenersatz? Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Könnte ja passen, aber auch da müssen wir uns fragen, kann man sagen, dass Manchester United bei Andrew auf den Körper verletzt hat, indem da sozusagen ein Schock entstanden ist, wo durch die Haare ausgefallen sind. Naja, es gibt auch im Zivilrecht Haftung für Schockschäden, beispielsweise man versucht, man verursacht einen Unfall, einen tödlichen Unfall. Nahe Angehörige müssen das miterleben und dann hat der Schock einen Krankheitswert. Dann muss man auch dafür aufkommen, aber normaler Stress oder Trauer kann nicht zugerechnet werden. So wäre es hier höchstwahrscheinlich auch. Das ist der ganz normale Stress, den man immer hat, wenn man ins Stadion geht oder überhaupt ein Spiel anschaut. Man weiß nie, ob der Verein gewinnt oder nicht. Also da stressbedingter Haarausfall wird nicht ganz easy nachzuweisen sein, glaube ich, an dieser Stelle. Und dann haben wir natürlich auch da noch die Zurechnung. Es muss natürlich auch hier zugerechnet werden können, dass man hier ein Risiko geschaffen hat für den Haarausfall. Und da glaube ich auch, das wird nicht möglich sein. Und Vorsatz oder Fahrlässigkeit haben wir auch nicht an dieser Stelle. Mit anderen Worten, schlechte Nachrichten für Andrew. Der wird hier gar nichts bekommen außer Aufmerksamkeit und viel Zuspruch von anderen geplagten Manchester United Fans. Und vielleicht ist das ja auch aufhellend und wird sein Stresslevel etwas sinken. Ich bin gespannt, ob die Kiste hier weitergeht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kuriose Nummer aus England. Die Briten waren schon immer ein bisschen verrückt. Die Kölner aber auch, auf dass wir die nächsten Spiele gewinnen und in der ersten Liga bleiben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls zusagen könnten. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.